Hallo, das ist meine Vespa 50. Baujahr 1968. Die Farbe ist Verde-Mehler, das heißt Apfelgrün. Die Restaurierung ist nicht perfekt, aber gut genug. Ich habe so ein Sattel gekauft, beziehungsweise ein Verdeck für den Sattel, auch von der Zeit. Sonst die weißen Angriffe und Sintzollräder habe ich auch gekauft, damit fährt man besser. Mal sehen, ob sie anspringt. So, 50 Kubikzentimeter original, aber Vierganggetriebe. Ich weiß nicht warum. So habe ich sie gekauft.